Tut mir leid, ich wusste nicht, dass er hier eindringen kann. Genug der Spielchen. Du hast die Wächter hergebracht. Wozu? Die Blutsväter verwendeten Wächter, um aufständische Welten zu befrieden. Ich habe das gleiche vor. Du willst was? Wenn es keinen Ärger gibt, muss auch niemand bestraft werden. Ich hab noch viel zu tun, John. Komm zu mir, schnell! Willkommen zurück zu Halo 5 Guardians. Ja, gescheint werden wir jetzt die Cortana treffen. Wir spielen wieder den Master Chief. Endlich mal wieder den Master Chief. Was hat man hier noch für Waffen rumliegen? Das war nur Munition. So, erstmal die ganzen Köter hier wieder aus dem Weg räumen. Ah, wieder die Schwebedinger. Wie ist es hier mit den Pistolen so schlecht zu treffen? Na, geht. Mal sehen, ob wir den von hier oben kriegen. Mal sehen, ob wir den von hier oben gehen. Die haben hinten noch so ein Ding drauf, auf dem Rücken. Das waren gleich zwei. So. Haben wir den anderen Mittleramt? Ne, das ist der. Mal gucken, ob ich von hinten an den rankomme. Der hatte doch das Ding auf dem Rücken. Nicht so wirklich. Schau mal, das muss doch machbar sein. Eine Seite. Dann komm schon. Jawoll. Oh, dass man hier dauernd immer aus den Zielen rausgeht, wenn man getroffen ist. Hilfe. Komm schon. Frederik. Oh. Oh. Systemsperre. Ich brauche Hilfe. Ich helfe dir. Ich bin wieder da. So, irgendwie muss man dann noch von hinten an die rankommen. Ja. Und. So. Haben wir die anderen verloren? Zwei Tote? War das der Letzte? Bestätigt. Gesichert. Die Tür ist offen, Chief. Und rein. Gut gemacht, John. Der Wärter würde das nie zugeben, aber du hast ihn beeindruckt. Ehrlich? Okay. Wir fahren los. So, Cortana. Es tut so gut, dich wiederzusehen, John. Euch alle zu sehen. Wieder vereint. Als Familie. Psychologische Taktiken. Mich mit Namen ansprechen. Netz sein. Was sollte ich denn tun? Mir die Wahrheit zeigen. Wie viele sind gestorben, als du die Wächter herriefst? Wie bitte? Du weißt es, oder? Du weißt es, oder? Die genaue Zahl. Naja, mal sehen, ob sie sich wieder eins werden, oder? Ob jemand dran glauben muss. Wer dir seine Fragen antwortet hat, du wirst ihn nie überzeugen. Lass mich an. Noch mehr Feinde? Wie regeln darf. Komiteanische Soldaten. Pass auf! Eins kann da weniger. Der Krabler hat dich getroffen. Notarer, wir fliegen in der Galaxie. Und ihr Menschen antwortet mit dem Feuer von Waffen. Jawohl, die Waffe will ich haben. Boah! Wie viel? Was ist es? Da oben ist er. Ja. Oh... Mal gucken, wie viel Schuss hat der, der andere, ah, noch mehr. Mal gucken, wie viel Schuss hat er. Nee, die wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Sicher. Sicher. Oh. Danke, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja, komm, steht nicht da rum. Oh. Gehen wir kennen. Geht wieder. Oh, du brauchst auch Hilfe. Komm her. Was sind die Dinger hier? Die Fiesen. Hey. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Hilfe. Ich bin wieder da. es gibt ja gut was ein ja 5? wieviel braucht der denn? 6 7 8 9 10 warte mal kurz in neue Waffen auf mich wird sie hören so auf geht's Jungs kommt gut los geht's alle da sobald du bei mir bist bis dahin habe ich etwas zu erledigen so so ne da verballer ich noch die immer noch nicht so jetzt aber da oben steht schon wieder einer wo ist er da ist er so wohin ich bin jetzt nach oben da hoch oder wer schießt hier noch ach da oben na komm auf geht's schon wieder leer schade da macht ja gut schaden damit gut wo ist der andere knecht ja jetzt müssen wir erstmal kurz die Waffen gehen wir waren immer ein gutes team du und ich auch wenn du meinen plänen nicht zustimmst ich bin immer noch ich schon bringen uns unbeschadet zu dir dann reden wir nutzt die plattform ich bin hier oben wie groß ist denn das hier wahnsinn millionen wackelte die macht der blutsväter auf ihre rücke die entdeckung von installation durch die menschheit war der höhepunkt des platz der bibliothekaren die ankunft des reclaims weiß ich ich war dabei das waren wir beide john du dich gemeinsam euer ego ließ euch glauben dass die rückgewinnung den menschen zufallen würde doch diese waren nur die erschafften die rückgewinnung des reiches der blutsväter ist die aufgabe der erschaffen dass die größte von ihnen allen euch noch traut 1 1 7 hat mit unverdaubender unschuld zu tun john was jetzt passiert mein aufstieg hier auf genesis war schon immer der plan steht noch einmal an meiner seite ihr alle die blau vorrücken da kommen immer mehr von entianer immer mehr nur wenn wir verlieren wagen wie der überlebt den schuss die Obwohl du von den Menschen erschaffen wurdest, darf ich, dass du dich von den Fesseln der Emotionen befreit hast. Meine Gefühle für 1.1.7 und seine Familie mit lauter Kriegern. Wir machen dich bereit. Da ist wieder so ein Ding. Oh, die zieht ja ganz schön hoch. Nicht klein zu kriegen. Jetzt können wir wieder Waffen holen. Oder beziehungsweise Moni. Schau mal, da vorne liegt ja die, die ich wieder haben will. Jetzt probier's einfach mal, mir die andere zu... Ach, er braucht Hilfe. Kelly, komm. Ach, da komm ich wieder nicht hoch damit. Ja, denkst du. Na komm, qualmen tust du schon. Jetzt noch die paar Knechte da drüben. Hier noch Waffen. Oh. Oh. Was ist denn? Oh. 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 Das ist immer noch ein Problem! Komm, du Knecht der Filzernis, wieso brauchst du denn 5? Wie zappst du denn da rum? Gosen Springer! Wenn ein geliebter Arzt einziehen, will ich mit dem Gleichgleicher bekämpfen, wie soll das denn? Das Bein hab ich dir schon abgeschaut! Oh, meine Güte! Hast du keine Antwort darauf? Komm hinter dem Fastenfort, danke! Schau mal, hat diese Waffe hier überhaupt einen Nutzen? Danke, komm her! Los jetzt! Kelly, ich hab dich eben auch gerettet! Oh! Oh! Brauche mir die chinesische Unterstützung! Geht wieder! Wurde getroffen! Wurde! 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 Oh. Hier he go. Komm, jetzt muss er reichen, genau. Die sind fies. Die sterben tun sehr cool. Muss man schon sagen. Ja, klar. Ja. Ja. Und jetzt nur noch eine Shotgun. Schauen wir mal. Einschlag. Au, jetzt bin ich auch noch weit weg. Los, Freunde. Schafft ihr schon. Kann man die in die Luft jagen? Warte. Da kam er doch schon wieder. Na gut, für eine Proberunde. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, ob ich das Ding hier los werde, weil das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Ja, lustig, lustig. Jetzt sehen wir wenigstens wie es da unten ausschaut. Ja. Also nochmal. Oder sind die alle weg? Vorne gab es da irgendwo noch Waffen. Das war dieselbe. Genau. Was gab es hier auf der anderen Seite? Alles klar. Oh, ja komm, renn. Tief. Auf geht's. Ich bin hier, um dich zu beschützt. Werte, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anfühlen werde. Gestattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Oh, wie dumm hältst du mich? Ach, da kommt schon wieder so eine. Genau. Dahle. Oh. Ja, aber hier traust du. Wir brauchen dich für Joseph unütend Do cinema, walk which will be, oint yourself with their Plural and reach out there to me. Willst du mir doch du? Wir werden dich nicht phquetschen und the stone. Die einzige Drohung gegen die Menschen, die versuchen weiter an, einer Herrschaft noch vor diesem Beginn ein ertronend. Nein! Frederik, komm! Jungs, Linda! Niedergemetzelt. Okay, dritte Runde. Ja, gut. Vorsicht, Team Blau! Ich bin hier, um dich zu beschützen, du Hitler! Wärter, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertrage, dunkel hältst du mich. Na komm, geh hoch! Ach, Mensch! Ihr könntet mich mindestens mal warnen. Ja, das ist... Ey, wenn einer drauf geht, dann gehen alle drauf. Was machst du denn da? Frederik, Mensch! Oh! Übel, übel, übel! Einer ist schon tot! Blinder! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Oh, da der Nächste! Ja, prima! Prima! Keine Munition mehr? Auch nicht schlecht. Und nur noch eine Shotgun. So, hier gibt's Waffen. Oh! Weg! Oh, da der Nächste! Weg! Ich würde mich reinigen! Halt! 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 Nur stehen! Mal sehen! Hat den das beeindruckt? Erhebliche Kreaturen! Geh fort mit ihr! Entzittere! Du kannst es nicht zurückhängen! Oh! Geh nur, ich klage zu! Die sind auch echt hart drauf, die Jungs. Schrei! Oh! Und dann schießt der Nächste! Du hast mir keinen Garant gebracht! Du gehörst mir! Och! Mann! Oh! Kleiner Nächste! Das ist ja jetzt echt nicht lustig! Vorsicht, Team Blau! Kelly, du bist auch noch da? Ja, ja. Wir gucken nochmal nach den Waffen. Ja, dass wir die jetzt nicht behalten, das ist auch blöd. So. Weil wir sterben, meine ich. So. Diese Position einnennen! Gibt's ja eigentlich schon so was zum Abballern, was... Du bist ja geschützten, Retailer! Du bist ja geschützten, Retailer! Wärter! Lass das! Wärter! Du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anfühlen werde. Gestattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Du beharrst mich! Du beharrst mich! Du beharrst mich! Aber hier bist du! Aber hier bist du! So. Drauf! Los! Oh! Oh! Freunde! Oh! Oh! Da geht's ja gar nicht durch! Ach, toll. Hey Jungs, das ist nicht lustig. Geh weg. Oh. Hey, was? Also, das ist wirklich scheiße jetzt. Ja, machen auch weg. Jawoll. Ja, und wieder die scheiß Shotgun. War keine Lust, jetzt nochmal zurückzurennen. Hier sind so fünf von diesen Kaspar-Köpfen. Gator, siehst du das? Glauben wir wirklich an was? Wechsel, hilf euch weiter! Das ist mein Wasser, dass ich die Galaxie anfühlen werde. Statt es mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Dumm hältst du mich? Na, einmal wurden wir nicht draufgegangen. Ganz prima. Ja, mach die nur einen großen. Echt jetzt. Vorsicht Team Blau. Wie wär's denn, wenn ihr mal dahinten... Geh weg. Wenn ihr mal dahinten bleibt und wir bleiben auf unserer Seite und dann schießen wir uns gegen die Seite. Jetzt war von hinten auf den Rücken. Das war blöd. Ja, was nutzt das denn? Nee, also echt jetzt. Das macht keinen Bock jetzt. Wir haben in den ganzen Runden noch nicht einen kleinen gekriegt. Ja, ich bin hier, um dich zu beschützen. Ja, ich bin hier, um dich zu beschützen. Ach, Mann. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Willst du mir drohen? Also, weißt du, kann man sich hier irgendwo mal hinstellen? Und irgendwo mal zielen? Das macht mich jetzt richtig sauer, wütend. Ich bin hier. Ah. Man kann sich ja noch nicht mal umdrehen. Ja, siehst du? Ja, komm. Ja, komm, hau die Hände auch um, ja. Oh, da kommt er doch schon wieder. Jetzt kannst du wieder rennen und kannst dich nicht umdrehen, weil sonst haut er dich. Ja. Stehen bleiben tun sie auch nicht mal. Oh, da renne ich auch noch genau dahin. Kommt einer. Ja. Ja, Vorsicht Team Blau, wir sind schon zehnmal gestorben. Aber das macht nichts, weil wir haben ja so Bock drauf, das Ganze 20 Mal zu machen. Werther, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen will. Stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Oh, wie dumm hältst du mich. Komm. Interessiert dich auch nicht. Ach, komm. Ich schlage zu. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, komm. Hau mich um. Scheiße. Ach. Interessiert ihn nicht. Nein. Ja, komm. Hau uns doch schnell um. Achso, ist ja leer. Ich brauche noch keine Munition hier. Danke für die Pistole. Ja, sehr schön. Ey, was soll ich denn hier machen? Ich spiele jetzt noch eine Runde und dann ist das das Ende von Halo. Der schafft es ja noch nicht mal bis dahin. Komm. Na, hau mich, komm. Weg. Ach, geh doch, der geht nicht mehr. Geh weg da. Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, wieder keine Munition. Das brauchen wir nicht. Die Munition ist vollkommen überbewertet in der heutigen Zeit. Wieder kein Raketengerfer. Okay. Ja, aber Kleinkriegen tust du nicht. Dann wird man mit Raketengerfer. Ja, komm schon. Du kommst auf mich zu? Ich traue mich ja nicht mal nachzudenken. Ja, da ist er. Ja, toll. System-Sperlen. Geh not. Brauche-Unterstützung. Halt nur stehen. Linda du bist da auch gleich tot. Thema geht wieder. Alles in Ordnung mit Pflaster drauf. Einmal pusten. Sind da oben bessere Waffen? Schaffst du wieder nicht gell? Wieder die Schrot? Da stürmt einer an. Geh auf. Ja. Durch meine Hand. Brauche Hilfe. Noch eine Leiche zu meinen Füßen. Wir haben noch nicht mal einen Daumen gekriegt. Noch nicht mal einen. Vorsicht Team Blau. So, und das interessiert die auch nicht, wenn man nochmal drauf ballert. Aber hier bist du. Aber hier bist du. Ich will dich nicht verdun. Ich will dich nicht lenken. Aus dem Moment. Na komm. Willst du mir drauf? Immer noch nicht. Prima, wir haben einen haben wir klein gekriegt. Einen. Verdammte Scheiße ey. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich bin richtig sauer. Wütend. Lass den Scheißdingen wieder ohne Munition rum. Kannst du nicht mal eine Waffe holen? Ja, und dann schießt mit unseren Pipipistolen hier auf. Die Kasper. Aber wir haben ja einen. Da hast du wieder keine Chance. Du bist doch wieder tot. Ja, ich traue mich gar nicht anzuhalten, weil hinter mir ist doch bestimmt sowieso eine. Ja, ich hole dich. So, jetzt kommt doch bestimmt schon wieder einer, der hinter mir ist irgendwo. Keine Ahnung. Ja, sag ich doch. Du kannst dich nur nicht mal umgucken. Ich bin sauer. Ich bin stinkesauer. Das ist ein Scheiß. Ein richtiger Scheiß. Das regt mich jetzt total auf. Was sollst du machen? 20 Runden im Kreis rumrennen? Geht wieder. Kannst du halt mal nachladen. Dann wirst du nämlich langsam und dann hat er dich. Ich denke, wir werden tot in Not. So, Frederik, ist ihr schon tot? Wo seid ihr denn, ihr Blödmänner? Linder, du bist meine einzige Hoffnung. Linder, du bist meine einzige Hoffnung. So, kann ich mich umgucken? Oh. So, kann ich mich umgucken? Geht durch meine Hand. Oh, da schwebt der nächste wieder. Nein. Ach. Mach's nicht, Linda. Mach's nicht, Linda. Ach. Ach. Wenigstens da, wo wir den einen... Ach. Das ist... Weißt du? Ich brauche Unterstützung. Außer. Ich bin wieder da. Geht in meine Herrschaft, wir gehen auf. Nun tut nichts. Lass uns antren. Dö. 2, 3, 4 Interessiert ihn erstmal nicht Der rennt weiter, ja prima, ganz toll Wie viele haben wir da noch? Zwei Schuss, drei Schuss Schau mal den zweiten Ach, da kommen jetzt noch Ja, weil die sind ja auch so toll klein zu kriegen Und den anderen haben wir auch noch da rumrennen, ne? Ja Ja Ich klage zu Ja, natürlich und da hast du den großen auch noch dazwischen rumlaufen Sehr schön Danke Oh, wie oft hast du denn das jetzt schon wieder gesagt? Ah, Linda ist auch am Boden Frederic, komm mach hin Ja, wir sind nämlich gleich beide wieder tot Da hinten ist Kelly Die gewohnt man schnell noch Aber die ist nämlich gleich ganz tot Scheiße Oh Ja Kannst du halt mal nachladen Ja Ich soll euch in die Ja Ich soll euch in die Fertig. Interessiert ihn überhaupt nicht, komm. Danke, danke. Ist immer noch leer. Wie alle drei tot? Scheiße, 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 scheiße. Kelly auch, jetzt bleibt nur noch Linda. Danke, danke. Man kann sich nicht mal umgucken. Ja, die anderen sind da eh hin. Ah, es ist lange her, seit ich zuletzt getötet habe. Du kannst weitergehen. Ich bin erworben. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Du wirst es nicht zu beschädigen. Ich bin wieder da. Na, endlich. Na gut, bevor wir jetzt weitergehen, ja, hat mich jetzt echt genervt und aufgeregt. Und, ja, wir machen hier erstmal einen Break, dass wir wieder runterkommen und dann gehen wir zur Cortana, ja, und bis zur nächsten Folge, Servus und macht's gut.